Nun können Sie Ihre Media-Box mit dem Koaxialkabel an den Multimedia-Adapter anschließen. Verbinden Sie dazu den Anschluss RF-Innen Ihrer Media-Box mit dem Anschluss TV des Multimedia-Adapters. Als nächstes schließen Sie das HDMI-Kabel am HDMI-Anschluss Ihrer Media-Box und am HDMI-Anschluss Ihres TV-Geräts an. Für den nächsten Schritt benötigen Sie das Stromkabel Ihrer Media-Box.